Und somit willkommen zurück bei Let's Play Zelda 2 The Adventure of Link Im letzten Part haben wir den Hammer Ich glaube, ja Den Hammer gefunden Und können solche tolle Sachen machen Einfach mal die Steine aus dem Weg räumen Und hier gerade mal das Secret Hole Hier die Igel Die wir noch nicht töten könnten Das war fies Verschloch So Und das haben wir hier Ah, ein Herz, direkt ein Herz Und mehr Life So muss das sein So... So mag ich das wirklich Aber ich habe trotzdem Obwohl ich so viel Life habe Respekt vor dem Spiel So... Und ich glaube... Hier links gab es noch was Zwei Das war hier... glaub ich... Jo... Und schnell weg... Oh, das hat gut funktioniert Boah, was dumm Au Das ist also total wunderbar BÄM Voll in die Fresse Genauso wie hier Ich glaube, die sollten kein Problem Oh, die ist schon eher Ich hab's doch Ich glaube, ich heimlich mal Oh, dann mach's weiter Wunderbar Was auch immer du mir da gefunden hast Magie war's keine Wahrscheinlich wieder irgendein Gegenstand Den irgendeine Frau Für einen Vater möchte, damit ich mir neue Magie bekomme Oh Bitte lass mich hin Verdammt, egal Töte ich dich Oh, schon wieder voll in die Fresse Der glitcht sich einfach mal in der Wand da fest Ich kenn eigentlich die Fee Ah, nein Uh, geschickt ausgewichen Ach, hier wohl nicht Das ist viel scheißig So, einfach weiter Und hier hoch Wunderbar Willkommen in Harbour Town of Mido In Mido Harbour Okay, cool Ach, die Heiler Frau Ich wurde mal gefragt Wie heilt die denn Link Ich Kann's nicht sagen Ich würd doch gar nicht wissen Ich Geh mal einfach hier rein Was hast du mir zu sagen Ich Rede mit Error Von Ruto Über den Palast Error war doch unser Konk Den wir gefunden haben Okay, dann Den besuche ich gern Wenn ich ehrlich bin Mit 4 hoch Hüpfen So Kamp hoch 1A Denn ich glaub hier gibt's Ähm Einen neuen Angriff 2A 0 3 0 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 5 Und die alte Dame gibt mir das Mana zurückgibt. Und nein, ich weiß wirklich nicht, wie sie mir das Mana zurückgibt. Nein, nein. Oh, hier. Ich glaub du möchtest das Alten, oder? Das Wasser des Lebens. Schnell komm rein, oder komm mit mir. Und da ist der Magier. Super. Diese Magie, dieses magische Wort, gibt dir Kraft. Oder Power, Stärke, also Fee. Aha, okay. Du, 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 du. Und, 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 und. Jo, das war's mit der Stadt, denk ich. Gut. Dann würd ich sagen, wir gehen mal Konk besuchen. Und fragen den mal über den Palast aus. Wenn ich jetzt nur weiß, wo Ruto ist. Ich glaub... Das hier könnte Ruto sein. Nee, das ist Raugu. Okay, gut. Dann ist das die andere Stadt. Da hängt nichts. So, 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 und da. Jawoll, Ruto. So, jetzt noch einen Konk finden. Da ist wieder so eine... Wieder zwei, so, Heiler. Der Stuhl. Südlich vom... Ja, Grab des Königs. Fünzigen Tunnel. Und schnell wieder weg. Dann würd ich sagen, schauen wir doch mal dahin. Nein. Nein. Gut. Zwei Erfahrungen. Hey, großzügig. Nein. Aaaaah. Kombo. Oh, 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 oh. Okay, ich würd sagen, das hat sich gelohnt. Hier, so. Ich hab's nicht. So. Ah, ich hab trotzdem ein bisschen Respekt vor dem Gebiet hier. Wirklich wahr. Ich geh lieber einmal noch in die Wüste. Das ist ein bisschen länger. Oh, ich hab's nicht. Ich hab's nicht in die Wüste. Das ist ein bisschen länger unten rumlaufen kann. Vielleicht mal zum Grab des Königs. Müsste eigentlich sein. Das ist... ...das Grab des Königs. Okay, und jetzt südlich davon. Dann laufen wir einfach mal südlich. 1A. Au. Geil. Voll drauf. Und hier... Brauche ich das hier, damit ich den Hof fliegen kann? 1A. Und hier gleich mal... BÄM. Stimmt, ich hätte einfach nach unten drücken können. Ich glaube erst damit klar kommen, dass ich das ja schon hab. Und auf in das Schloss. Nummer 3. Ähm. Ähm, 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 ähm. Vergiss mal alles. Bis dahin.